SOS-Hilfe? Das ist ein richtiger Standardskill. Bah! Hallihallo und willkommen zu einem neuen Folge. Ich reagiere auf TikTok. Ich habe auch TikTok. Dort heißt ich Santi B-O-Z. Ich hätte es gedacht, also... Keine Ahnung. Auf jeden Fall, dort bin ich auch sehr aktiv. Ich versuche, witzige und unterhaltsame Videos zu machen. Wenn ihr Zeit habt, schaut einfach mal vorbei. Macht es einfach für mich. Ich würde sagen, fangen wir an mit dem Reagieren von lustigen Memes. Hey Mason, are you ready to go eat? Is it cool if I bring my sister? No, dude, it's bro time. Yeah, she can come. LOL. I can kiss you right now. Do not kiss me. You did it anyway. Girls go to college to get more knowledge. Boys go to Jupiter to get more stupider. Okay, ich habe es gerade nicht gecheckt. Ich muss mir das nochmal gucken. Jupiter to get more stupider. Ich verstehe das nicht, was der da labert. Du labert. You need to grow up and quit fucking picking on people. You want to mess with somebody? Come mess with me. Das kenne ich auch. Ah, du. Oder ist das so geil? Die Arme. Ich kenne Leute, die ich mag. Ich fühle mich nicht schade. Ich fühle mich nichts. Es ist eine schuldige Welt, die wir in leben. Ich helfe, sie zu ihnen zu nehmen. Ich helfe, sie zu ihnen zu nehmen. Und kind und kind. Äh, ja. Bad Boys, Bad Boys. Was ich gar nicht tun? Was ich gar nicht tun? Was ich gar nicht tun? Bad Boys, Bad Boys. Was ich gar nicht tun? Das ist ein richtiger Standardskill. Bad Boys, Bad Boys. Bad Boys, Bad Boys. Bad Boys, Bad Boys. Bad Boys. Bad Boys, Bad Boys. Pff. Also, mir gefällt eher das Rechts-Alt-Stadt, was der da links macht. It's okay. I understand. Ey, ich hab T-Pose erfunden. She's funnier. She's skinnier. She's prettier. Don't worry. I wouldn't choose me either. I have died everything. Hauptsache, drauf schießen. Ist das ein Mann in einem Kleid? Geh weg von mir. Ich bin 17 Jahre alt. Ich bin aus High School. Ich bin aus High School. Ich bin von mir getrennt, ich bin von mir getrennt. Ich bin von Fortnite, weil ich bin gay. Ich bin 17 Jahre alt. Wenn die alle Depps machen. Warte, was steht da? Die und dann irgendwie irgendwas, keine Ahnung. Das sieht verstörend aus. Das ist meine Squad. Die hat immer einfach so null, was die da labert. Da denkt sich gerade nur so, was schlaberst du? Das kenn ich. Da sieht man sogar das Tuch da rechts. Was ist das? Ich schick's nicht, wer soll das sein? Scheiße. Ich schick's nicht. Ich schick's nicht. Der frisst erst mal seine Chips. Mh nuh 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 nuh. Warum will jeder immer Tiere töten? Das ist voll brutal. Ja. Wenn ich ein Baseball hätte, also so ein Baseballschläger, ich würde ihn wirklich damit schlagen. Also nicht den Fuchs, sondern ihn. Schon wieder mit seinen scheiß Baseballschläger. Ich gucke da gar nicht mehr hin. Okay, da würde ich es auch irgendwie tun. Der Rechte fühlt sich so krass so. Ich tue jetzt auf. Hey Moritz. Ist der Rechte ein Junge oder ein Mädchen? Ich glaube ein Junge. Aber wie kann man so aussehen wie ein Mädchen? Der eskaliert ja komplett. Das war es mal wieder mit diesem Video. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ihr alles ein Like da habt, schaffen wir die 40 Likes dann kommt noch einen Teil. Ich reagiere auf TikToks. Abonniert und aktiviert die Glocke. Und dann kann ich euch garantieren, ihr gehört sofort zu Santi B und Z Abi. Oh mein Gott, wer hätte das gedacht? Santi B und Z Abi. Warum habe ich jetzt meine Käppi abgesetzt? Sag mal, bin ich doof? Ja, okay, die Frage beantwortet sie sich selbst. Ja. Checkt TikTok ab, Instagram, Facebook. Und wenn ihr es nicht abwarten könnt, bis ein Video am Freitag kommt, wollt nochmal aufs Liken genau gehen. Genau. Guckt euch das letzte Video an. Vielleicht findet ihr irgendetwas, was euch gefallen könnte. Weil es kann doch nicht sein. Es muss doch wohl ein Video dabei sein, wo ihr denkt, Mann ist der scheiße. Tschüss.